Du musst rechts eben über die Amboss und da an der Leiter hoch und von da da unten auch das Ding. Das packe ich in den Teaser. Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Hörbülle. Hi. Halt die Fresse. Ich höre, wir sind so fame und deswegen sind hier so viele Leute, das ist nicht das Goodborn oder so. Nee, das ist nicht das Born, die sind uns alle nachgejoint. Ja. Das Ding ist die Hobby jetzt auch direkt, weil seht ihr? Ja, wir zocken jetzt nach einer halben Ewigkeit mal wieder eine Runde Mörder, man merkt an meinen Chancen, wie lang es war, am 3 und kleiner 1. Ich gehe richtig ab, ich werde jetzt direkt Mörder und bringe mich hier um. Okay. Boah, Alter, zieh dir mein geiles Pferd rein. Seh ich nicht. Ich bin so schnell. Alter, ist mein Pferd geil. Geil. Hier, komm mit. Warte erst kurz, wenn ich voll. Ich werde nicht gleich jetzt umgebracht. Das wäre gut. Hier. Da rennt dir einer hinter... Als ob. Ey, hier ist eine 88. Hä? Hä? Hä, wie geil! Oh, steht da 88. Wo denn? LOL. Was? Irgendein Hinweis, Digga. Ey, ich gehe jetzt mal zu den Koordinaten 88, wenn es hier auf der Not sitzt. Okay. So, Kaktusbumse. Ich gehe jetzt in die Richtung. Ich sehe dich. Ich komme. Vielleicht ist hier am Rand irgendwas. Oder unter diesem Kaktus. Fick dich. Ja. Was für Gewinnertanz, Digga. Wenigstens bin ich nicht gestorben. Das schneide ich trotzdem so rein, dass du erst sagst, dass du Gewinnertanz machst und dann hast du verkackt und jetzt... und dann hassen dich alle. Ich hoffe auf Tischplatt ist dein Gag schon. Ja, und der geht so. Wenn nicht, dann schlage ich dich. Auf jeden Fall ist es ein Slams, Digga. Ja, stimmt. Ich weiß jetzt sogar welcher. Du... Es gibt drei außer mir. Hä? Okay, ich habe mich gerade einen halben Kilometer zurückgemarkt? Ich weiß es nicht. Es ist ein Running Back Gag bei uns. Ein Running Back... Ein Running Rucksack. Der Running Rucksack. Hashtag Running Rucksack in die Kommentare. Oh scheiße, draußen ist Sturm. Ich bin nur nicht tot, ich kann die Hunde lau... Oh. Ich bin nicht tot, ich kann die Hunde lau... Oh. Warte. Ich schaffe es mich selber mit der Falltür zu töten. Hoffentlich kriege ich da Minuspunkte dafür. Jaaa. Und du musst es schaffen, auf den Stachel zu kriegen. Bist du behindert? Jaaa. Natürlich. Aber die Mörder... Die Mörder ist cool. Wir spielen jetzt auf der coolsten Mörder von ganzem Server. Wir wissen. Jaja. Und mit dabei habe ich meinen Running Back. Meinen Running Rucksack. Jaja. Und damit werde ich jetzt eine 88 machen. Du musst rechts über die Amboss und da an der Leiter hoch und von da da unten auch das Ding. Das packe ich in den Teaser. Das sieht halt richtig scheiße aus. Was sag ich dir? Ich bring dich um. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin fast ertrunken. Ja, ich bin ertrunken. Ich war Mörder. Ja. Ja. Ja, hallo Leute. Was geht? Geht mal aus meinem Bildschirm, ihr Pistar. Ich sag dir. Ich werd das grad die Szene in den Teaser schneiden. Mit so richtig schön... Mit slow-mo dramatischer Hintergrund Musik. Und dann schneide ich es noch 20 mal woanders ins Video. Und dann... Und dann... Und dann wirst du der neue Lord Ecke. Du musst rechts über die Amboss und da an der Leiter hoch und von da da unten. Das packe ich in den Teaser. Ja. Wenn du dir einmal Mühe gibst für deine Videos, machst du noch look at this dude rein. Ach, wie hat's dir beim Predigen gefallen? Was? Was? Wer hat wem beim Predigen gefallen? Was? Hat dir das beim Predigen gefallen? Hab ich gefragt. Ja, der Pfarrer fand's auch toll. Wo? Wie sieht er aus? Das ist so ein Typ, der hat so ein Bär aufm... Boah, scheiße. Wer hat so ein Bär hin? Genau. Ja. Können wir es wählen? Junge, willst du mich verarschen? Du Haufen Scheiße! Ich hab den getötet und dann ist so einer in mich reingerannt beim Schießen. Ich werde rausfinden, wo der Typ sein Haus wohnt und dann wohnt's nicht mehr da, ich schwör. Ja. Roller? Acht und Sechs. Ah, die Map ist auch cool. Da hatte ich glaube ich meinen letzten... Mach einfach ein Bild. Du nimmst jetzt einfach ein Bild aus Google, kopierst das und dann photoshopst es einfach weg. Und die Gegend bleibt. Hä? Ja. Dann ist das Haus gar nicht mehr da. Musst du vorher, nachher machen lieber. Hörst du mich verarschen? Nein. Mach es! Ich zeig dir, ich mach das. Ich mach das, schwör. Stell dir vor, das wär ein Applaus, ich hab gar keine Hand frei. WTF? 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 Daran hab ich direkt gedacht. Ja, ich zeig dir, jetzt kommt der MLG-Gott. Ja, hier. Ich spring auch aufs Schieb. Ja, Freiheit! Was ist denn da vor, kaputt? Frei... Äh... Äh... Ist meine Leiche! Will ich mich retten? Äh... Äh... Was? Ich stell mich jetzt... Ey, jetzt wagt jemand in nem Zaun fest. Der wagt da. Der war so ein Scheiß. Okay, ich öffne jetzt den Raum, ich bin hinter dir. Oh Gott, nein. Geh weg. Geh weg. Nein! Ich hab ihn, easy. Warte, Junge, ich wollte den Raum öffnen. Ich war Detective, Junge. Der wollte dich grad umbringen. Ist doch scheißegal. Ja, ich mach dir den Raum auch auf, wenn ich tot bin. Oh, ja. Alter, weißt du, was ein richtig großer Vorteil von meinem neuen Mikro ist? Das ist schmaler. Ich kann's mir besser in die Luftröhre schieben. Ja, das muss ich jetzt besser verarbeiten, Alter. Also... Ja... Das war der Sinn der Sache. Dann kannst du diese Runde niemanden töten. Mit deinen Knöten. Mit deinen Knöten. Warum? Ich bin doch hinter dir. Junge. Ich hab mich grad umgedreht. Nein. War noch nie mehr da, Junge. Noch nie. Oh. Oh, da hat sich Julian die Hose gekackt. Jetzt kommt wieder der MLG Your Timself. Ja. Ich bin dabei sein. Easy. Ich bin schon von der Kiste runtergefallen, wie ein Gott. Ich bitte dabei sein, wie du sterben. Weißt du noch, ob deinem Geburtstag? Ich bin schon da. Und ich bin der Jäger des Tunnels. Ah, nein. Ich bin der Jäger aus dem... Ey, das war das Fest, Junge. Ich bin der Jäger aus dem... Nein. Ich bin auch der Schiff. Und ich habe keinen Freund. Mein einziger Freund hat... Ja. Ich hab's auf Video. Ja. Das schneide ich dir noch mal rein. Das schneide ich dir noch mal rein. Ich werde dein Reiche essen. Statue. Oh ja, Statue. Bitte Deinke essen. Oh. Let's Lutschi, Lutschi. Ah ja. Schhhh. Ahhhhh. How could this happen to me? I'm alive by the day? How could this happen to me? How could this happen to me? I'm alive by the day? How could this happen to me? Nee, jetzt muss ich eine Relive-Story erzählen, nachher ich kranker. Du lebst. Du hast kein Leben. Also ich war... How could this happen to me? An einem komischen Ort, wo man eigentlich nie hingeht, so. Bei dir zu Hause? In Offenbach? In Nürnberg? In Nürnberg. Oh Gott. Du Satanist. Nein, ich möchte. Ich bin versteckt. Und ich bin tot. Bist du ins Wasser gefallen? Nein. Okay, das heißt ja. Okay, die Story. Also, ich... Es war einmal ein blauer Barsch. Nein, nein, wirklich. Der war so hässlich, dass alle gespürt. Ich hatte kaufmännisch. Und da ist etwas passiert. Ich seh deine Leiche. Ich seh deine Leiche. Also es wurde gesagt, weil ich Kopfhörer raus hatte, hat mein Lehrer erstmal rumdiskutiert mit mir. So, macht mir weg. Aber das finde ich gut. Bin tot. Und... Ich geh noch eine Runde. Und... Ja dann so... Ja, mach das jetzt weg. Und ich so... Ja, okay. Aber was... Was ist denn so schlimm daran? Und dann so... Ja, es gab mal einen Jugendlichen auf dem Kinderspielplatz, der deswegen erhoben wurde. Und dann schreit einfach jemand im Unterricht rein. Shit happened. Oh, was ist das? Das war so geil. Nein, niemand sieht mich. Ich jag grad die Wand in die Luft. Und keiner... Ja... Ja... Wie nass ich immer. Alter, was heißt das? Ich pack das! Vielleicht will das irgendwie verraten, wer der Mörder ist? Vielleicht will das auch verraten, dass meine Mutter... Ja, vor allem die 88 verräht auch... Ja, ja, ich will auch was sagen... Die 88 verräht gut, wer Mörder ist bei 16 Spielern. Du hast es raus. Hä, aber das ist scheiße, warum? Du bist scheiße! Ich weiß auch nicht warum! Der Running Rucksack. Running Rucksack, er läuft. Running Rucksack. Hat man das gehört? Nein. Schade. Ach, mach mal, ich stehe auf das Grausch. All das habe ich nicht gehört. War es schön? Ich weiß, ich bin im Bus gelandet, Alter. Loll! Im Bambus! Das ist... Ja! Der Bambus ist der Bus von Julian Van. Oh Gott, Mann! Das ist so scheiße! Das ist so scheiße! Das ist so scheiße! Äh, Regenbogenspaß! Das ist so scheiße! Okay, das ist so scheiße! Regenbogenspastelsmörder So heißt aber keiner hier in der Runde Er hat so Eine Hose Ich sehe ihn Der ist ein Panda Der wollte Ich sag ja, der hat dich nur getötet Weil du im Bambus warst Der wollte dich essen Ja, der wollte dich essen Ja, der war so flach Ja Vor allem fand ich es toll Dass da echt ein Panda der Mörder war Warum echt denn? Ja, weil Bambus ist ja das Hauptnahrungsmittel Von Pandas Achso Ich bin im dreckigsten Camper versteckt Ey, guck mir mal zu Ich bin richtig sozial Geilster Ort Da muss man irgendwie Guck mal, von da oben Perfekt hier auf diesen Block springen Und dann kann man hier hinter Oh, der MLG Gott Du weißt, du weißt, du schickst Du nimmst nicht mal Schaden bei mir Oh Gott, erster Leben Drei Zwei Du kippst auf einmal einfach um Willst du mich verarschen Bier wird auch Jetzt hab ich nur noch zwölf Ich hab nur noch sieben Bier wird aus Getreide gemacht Ich hatte nur noch zwei Bier wird aus Getreide gemacht Und deswegen gehört es ganz offensichtlich zu den Backwaren Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ah, Scheiße Langsam tut's weh Oh Gott Kann ich bitte L Ich nimm mich jetzt auf Können wir bitte nach der Runde aufhören Sonst sterbe ich hier noch an Kopfkrebs Oh, bitte Halt die Fresse Du willst den Pufferfisch-Tank Du willst den Pufferfisch-Tank? Digga Ich geb dir Pufferfisch-Tank Wer hat sich hier jetzt nen Pufferfisch-Tank? Als ob geiler Elm Hi Ich war kack Oh, cool, der ist aus dem Anruf Junge, du Huso Mein Minecraft ist in den Hintergrund gegangen Bist du tot? Nein Hör die Schnauze Also tschüss, ne tschüss Abonniert mich Verpisst dich Und schon ist er wieder weg Wenn er nochmal anruft, hasse ich ihn Vielleicht bin ich auch tot Dann endet diese Folge Ich sag schonmal bis zum nächsten Mal Wir kacken gerne Menschen an Und tschau Aber ich hab mehr getötet als ich dachte Ich war eigentlich ein bisschen aggressiv Aber ich hab mehr getötet als ich dachte Ich war eigentlich ein bisschen aggressiv